Hallo, Servus, ich bin Julian Leplay und das ist mein Rucksack. Der ist schuld dran, dass ich schon wieder ein neues Album gemacht habe. Da habe ich mein Keyboard reingepackt, mein Laptop reingepackt und habe letztes Jahr ganz viel Musik gemacht, so auf so einem Euro-Trip. Bin ganz oft weggefahren. Jetzt gibt es das Album Zugvögel. Ich bin sehr glücklich, dass es endlich draußen ist und auch sehr fertig ehrlich gesagt. Es freut mich umso mehr, dass Antenne Niedersachsen gesagt hat, das ist ihr Album der Woche, also so Album der Woche, eine ganze Woche lang. Dankeschön. Man kann jetzt jeden Abend um 20.45 Uhr einen Song aus dem Album hören und man kann das Album gewinnen. Man kann mitspielen auf antenne.com. Meine Empfehlung, erst jeden Abend mal ein Lied anhören, dann nochmal ein Lied anhören, und da mitspülen, wenn ihr wisst, ob es euch gefällt, weil sonst habt ihr was zu Hause, was ihr gar nicht wollt. Glaube ich aber nicht. Also habt ihr ganz viel Herzblut reingesteckt. Okay, dann diesen Verstärker benutze ich übrigens nur als Buchablage. Ciao. Ciao.